Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp, Bundesliga-Tipp 18. Spieltag, 1. Liga. Ja, englische Woche, sie war, aber für einige Teams wird es nun weitergehen mit der englischen Woche, denn, man darf nicht vergessen, ja, der DFB-Pokal steht an und natürlich steht jetzt die große Frage vor der Tür, äh, Auftakt der Rückrunde, nehmen alle Teams es ernst? Schauen wir mal, los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart und Leipzig im letzten Spiel 6 zu 1 gewonnen gegen den FC Schalke, ja, gefühlt war es so ein halber Arbeitssieg, weil, was die Gelsenkirchener da gemacht haben, ich weiß nicht, also Leipzig hat das im Endeffekt schablos ausgenutzt und dementsprechend dann auch von der Höhe her verdient gewonnen. Ja, im zweiten Durchgang hat man so ein bisschen gemerkt, dass da doch die Sicherheit der Leipziger, wenn die aus der ersten Halbzeit da waren, jetzt nicht mehr da war, aber halb so wild, man hat deutlich geführt. Jetzt geht's gegen den VfB Stuttgart, die, ja, im letzten Spiel 2 und 2 und 1 gespielt haben und glücklicherweise, ja, durch ein Torjubel oder besser gesagt mit Jubel ein Mann weniger geworden sind. Ja, wer die Regeln kennt in der Bundesliga und weiß, was er machen darf beim Jubel, beziehungsweise nicht Jubel, ähm, oder mit Jubel, ne, der wird dann auch mit Gelb-Rot bestraft. Ja, das erinnert so ein bisschen an das VM-Spiel, wo Kamerun ja auch die gelb-rote Karte kassiert hat nach dem Tor, aber nur gut, ne, da war der Torschütze der Schuldige, der dann vom Platz geflogen ist. So, ja, ein Sieg, den man doch wieder rausgegeben hat, weil das war ja die Führung der Schwaben. Jetzt aber wird's gegen Leipzig eine interessante Partie, die ich aber dennoch denke, dass Leipzig sie gewinnen wird mit 2 zu 0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FS1-Mainz 05 und dem VfL Bochum. Ja, ja, fast mein persönliches Top-Spiel geworden. Wieso, weshalb, warum? Ja, in ihren Tabellen, also in der Heim- und Auswärtstabelle jeweils, sind sie momentan auf Platz 17. Und, das wird ein Graus, glaub mir mal. Zu Hause in Mainz, es funktioniert so wenig. Ja, im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund 1 zu 2 gespielt. Ein eigentlich ausgeglichenes Spiel, wo man auch sagen müsste, das Unentschieden wäre völlig in Ordnung gegangen. Aber so, naja, an Abschluss haben die Dortmunder noch getroffen und so, ja, an Abschluss noch einen Punkt, oder besser gesagt, ja, den Punkt von Mainz weggenommen. Jetzt geht's gegen den VfL Bochum, die im letzten Spiel 0 zu 2 verloren haben gegen Bayern 04 Leverkusen. Was sich eigentlich in Durchgang 1 nicht so wirklich abgezeichnet hat. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, boah, vielleicht schaffen die Bochumer noch ein Tor. Vielleicht wird das eher so Richtung Unentschieden tendieren, aber im zweiten Durchgang war eben davon nichts mehr zu sehen. Was im ersten Durchgang viel positives lief beim VfL, war im zweiten Durchgang irgendwie nicht da. Und das darf natürlich jetzt gegen Mainz 05 nicht passieren. Ich denke mal, dass dieses Spiel, ja, wahrscheinlich von vielen Fehlern verhaftet ist, aber eben beide Torhüter einen guten Tag haben werden. Dementsprechend 0-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg. Die Freiburg haben im letzten Spiel 1 als Unentschieden gespielt gegen Eintracht Frankfurt. Ja, irgendwie gefühlt passte da so einiges nicht. Also, diese Offensivität, die hat man in den letzten Spieltagen, also vor der Winterpause, ja gesehen. Aber da war die Treffsicherheit eine höhere und das Teamplay ein besseres. Und daraus entstanden dann auch Tore. Das hat gegen Frankfurt irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und deswegen gab es dann aus Freiburgers Sicht nur ein Unentschieden. Wobei, ja, Sieg wäre gut und gerne drin gewesen, so. Nur gut, hat man so ein bisschen den Abstand in Richtung Königsklasse verloren. Aber andersrum, ich denke mal, das war eh nicht das Ziel der Freiburger. Aber, ne, Rückrundenstart heißt also, es könnte wieder in die Richtung gehen. Vielleicht mit einem Sieg gegen Augsburg. Das wird sich zeigen, denn die Augsburger haben im letzten Spiel 1 zu 0 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, man hat in diesem Spiel einfach gemerkt, dass die Augsburger es mehr wollten, das Ding zu gewinnen. Klar, es war nicht wirklich schön anzusehen, diese Partie. Aber man hatte das Gefühl, Augsburg möchte mehr diesen Sieg. Und am Schluss haben sie diesen Sieg gekriegt. Und, ja, damit wichtige drei Punkte für den Klassenhalt geholt. Werden die nächsten drei Punkte jetzt folgen gegen Freiburg? Ich denke eher nicht. Freiburg gewinnt mit 2 zu 1. Das nächste Spiel ist das Berliner Derby. Es ist das Spiel zwischen der Hertha und Union. Und, ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, komm, immer sagt, das ist persönliches Top-Shield. Nein, das ist tatsächlich nicht. Warum nicht? Nun gut, die Hertha steht momentan unten in der Tabelle. 0 zu 5 verloren gegen Wolfsburg. Also, ne, irgendwie, ne, nicht erstligatauglich. Das war, also, ja, irgendwie als ob man noch so ein bisschen im Trainingslager wäre. Also, es hat so viele Mechanismen so überhaupt nicht funktioniert. Und, ja, jetzt geht's gegen den Stadtrevalen aus Berlin, wo Mechanismen jetzt wieder funktionieren. 2 zu 1 Erfolg gegen den SV Werder Bremen. Ein eigentlich ausgeglichenes Spiel, ja, bis eben auf den ein oder anderen Fehler. Von einem oder anderen Bremer, beziehungsweise einem oder anderen Eisernen. Das war einfach in diesem Spiel so. Im Grunde genommen hat Berlin das verdient gewonnen. Aber eben dadurch, dass eben Bremen mehr Fehler gemacht hat. Durch Fehler eben Tore erstanden. So, und jetzt in diesem Spiel, denke ich mal, wird das eine relativ einseitige Geschichte, die die Gäste aus Union oder besser gesagt aus Köpenick gewinnen werden. Nämlich mit 2 zu 0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Ja, eben schon erwähnt. Werder Bremen, Spiel gegen Union Berlin, eben Tegen mehr Fehler gemacht. Und daraus schließend eben dann das Spiel verloren. Man hat die Führung erzielt. Es sah vieles danach aus, dass Bremen doch eventuell nach diesem 1 zu 7 Niederlage aus ihren großen Schlenzern gegen Köln gelernt haben. Ja, und dann kam eben ein ums andere Mal das Pressing der Eisernen aus Berlin. Und damit war Bremen überfordert in der Hinsicht. Und ja, das eine Tor ist aberkannt worden. Und ja, aber es ist einfach noch nicht so ganz das, was eigentlich Bremen spielen möchte beziehungsweise muss. Andersrum, es ähnelt stark dem Abstieg. Das habe ich schon in der letzten Woche gesagt. Oder besser gesagt, an Anfang der Woche. Also, ne, da muss die Wende her. Vielleicht gegen Wolfsburg. Ah, wird eine schwierige Partie. Denn die Wölfe im letzten Spiel 5 zu 0 gewonnen gegen die Hertha. Auch wieder einen starken Auftritt. Einen dominanten, insbesondere im Durchgang 1. Einen dominanten Auftritt im Durchgang 2. Doch ein bisschen, ja, zwei, drei Gänge zurückgeschaltet. Aber trotzdem, guter Auftritt der Wölfe. Natürlich stellt sich die Frage, ob sich diese guten Auftritte der letzten Woche auch weiterhin wiederholen werden. Ich denke, ja. Ausgenommen natürlich, sie werden dann hochmütig, weil Bremen in letzter Zeit sehr fehlerhaft spielt. Dementsprechend gewinnt Wolfsburg mit 3 zu 0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Ja, auch da war ich im Überblick, ob es mein persönliches Top-Spiel wird. Denn, ei, ei, ei. Beide momentan so ein bisschen in der Negativ-Serie. Hoffenheim im letzten Spiel 2-2 unentschieden gespielt. Ja, man darf nicht vergessen, sie waren in Überzahl und das Tor ist auch erst am Ende des Spiels gefallen. Also, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn man diese Partie gegen Stuttgart verliert. Es ist auch, aus meiner Sicht wäre es verdient gewesen. Nur gut, man hat die Überzahl an Abschluss ausgenutzt, man hat das Tor erzielt, man hat den Punkt geholt. Jetzt geht's gegen Gladbach, die, ja, auch in dieser Rückserie, oder besser gesagt im Jahr 2023, noch nicht so wirkliche Potenzial zeigen. Könnte auch immer noch daran liegen, dass vielleicht eben ihr wichtigster Mann fehlt, nämlich der Torwart, der ja jetzt weggegangen ist. Das hatte ich schon letztes Mal gesagt. Man merkt so ein bisschen langsam die Unsicherheit der Gladbacher. Und, ja, da stellt sich natürlich die Frage, wann man diesen Negativ-Trend stoppen kann. Ich denke gegen Hoffenheim nicht. Dementsprechend, Hoffenheim gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Samstagabendspiel. Und, ja, mein persönliches Top-Spiel. Es ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der Eintracht aus Frankfurt. Und, ja, die Münchner haben im letzten beiden Spielen unentschieden gespielt. Im letzten Spiel, also, so mit Ach und Krach unentschieden gespielt. Man muss es so sagen. Also, klar, Dominanz, ja, es war eigentlich vieles so ein bisschen, wie die Bayern halt so spielen. Das Problem war bloß, dass dieses Bayern-Spiel, was wir momentan sehen beim FC Bayern, ähnelt dem der Hinserie in dieser Saison. Und da haben die Bayern, ja, nichts mit der Tabellenführung zu tun gehabt. Also, die große Frage ist natürlich die da, wie wird das dann jetzt bei den Münchnern weitergehen? Denn, ja, der letzte Schuss, also der fast letzte Schuss des Spiels, ist dann noch für die Bayern reingegangen. Der Lucky Punch eben zum Ausgleich gegen Köln. Aus meiner Sicht definitiv zu wenig. Jetzt geht's gegen Frankfurt, die im letzten Spiel eben aus fast nichts viel gemacht haben. Man muss es so sagen. Also, so wenig Chancen, wie die Frankfurter im Spiel gegen Freiburg hatten und daraus ein Tor erzielt. Ja, was willst du da mehr erwarten? Also, klar, hatte ich ja eben schon erwähnt, Freiburg hätte jetzt im Spiel gewinnen müssen. Ja, aber, hey, aus Freifurter Sicht ist das Spiel eigentlich gut gelaufen. Man hat einen Punkt geholt. Und jetzt gegen die Bayern folgt der nächste Punkt. Ja, was? Ja, Tatsache. Es wird nur entschieden. Ein 1 zu 1. Tatsächlich, ich denke mal weiterhin, dass die Münchner so ein bisschen vor sich her straucheln und auch gegen Frankfurt nicht gewinnen. Klar, im Hinspiel gab es eine relativ deutliche Geschichte. Aber das Hinspiel ist schon ein bisschen lange her und das Team der Frankfurter ist definitiv deutlich besser jetzt eingespielt. Das nächste Spiel ist am Sonntag. Es ist das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln. Die Schalker im letzten Spiel 1 zu 6 verloren gegen Leipzig. Ja, das war komplette Überforderung im ersten Durchgang. Also, dafür, dass sie eigentlich relativ gut gespielt haben gegen Frankfurt, hat mir das so überhaupt nicht gefallen gegen Leipzig. Man ist eigentlich mit ähnlichen Bewusstsein gegen Leipzig in diese Partie reingegangen. Aber es war ein ganz anderes Spiel. Also, so viel Überforderung. Unfassbar. Wenn die Schalker so weitermachen, werden sie auf jeden Fall sogar als Letzter absteigen. Das müssen sie also dementsprechend abstellen. Vielleicht gegen Köln. Das wird sich zeigen, denn die Kölner haben bislang einen guten Auftritt in dieser 2023-Serie gemacht. Der hohen Auftakt sie gegen Werder Bremen. Im 2. Spiel gegen Bayern München. ist ein bisschen defensiv stabil gestanden. Klar, du hast kaum Chancen. Du spielst gegen den Tabellenführer. Da ist es oft schwierig, Tore zu erzielen. Aber hey, Köln hat das 1-0 erzielt. Lange Zeit das Ding sogar geführt. Aber am Ende eben dann unglücklich unentschieden gespielt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob man gegen Schalke vielleicht drei Punkte holt. Ich denke ja, am Ende sogar mit drei Punkten. Äh, mit drei Toren. 3-1. Das ist das letzte Spiel des Spieltages. Finde statt zwischen Bayern 04 Leverkusen und der Borussia aus Dortmund. Ja, Leverkusen im letzten Spiel 2-0 gewonnen gegen den VfL Bochum. Es war so ein Arbeitssieg, wo man so sagen müsste, joa. Wenn die Bochum mal den Ausgleich erzielen, dann wäre das vielleicht noch gekippt, das Spiel. Aber so, nee. Insbesondere im 2. Durchgang ist es alles nach Plan gelaufen für die Werkself. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob auch dieser Plan gegen Dortmund funktioniert. Denn auch Dortmund im letzten Spiel mit dem Lucky Punch am Ende gegen den FC Mainz 05 2-1 gewonnen. Aber auch da, wie gesagt, Donetschi wäre in Ordnung gewesen. Aber so, ne, aus Dortmunder Sicht, drei Punkte sind besser als einer. Und natürlich möchte man jetzt gegen Bayern 04 Leverkusen die nächsten drei Punkte holen. Ich denke aber mal, das wird den Dortmunder nicht gelingen. Leverkusen gewinnt mit 2-1. Das waren meine Tipps für diesen 18. Spieltag in der 1. Bundesliga. Ich hoffe, euch hat das ganze gefallen. Natürlich gerne Like und Abo hier dalassen. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin, eine gute Zeit. Und ciao. Bis dann. Bis dann.